Hey ho Leute and welcome back zum fünften Part von Minecraft War 3 zusammen mit dem GameZone Hey ho! Und ich glaube join jetzt dem Yaza-Ambrium oder wie der heißt hinterher In 3, 2, 1 Vielleicht geht es, vielleicht auch nicht Anmelden, jo es geht Okay, wir sind hier in unserem coolen Raum Bei Das ist ja ne Höhle, hä? War die immer schon hier? Ja, glaub schon, ja Und da kamen wir doch nicht, oder? Ähm Ja, aber wir haben uns hier Hier gehts weiter, hier gehts weiter, genau Ja, aber von da haben wir uns ja hin gebaut, nicht? Ne, ne, wir wollten da weiter Okay, also unsere Oder halt Unser Vorgehen in dieser Folge Oh Gold Nein Ich baue mal das Gold ab Jo, mach das Soll ich unserem Plan sagen? Jo, kannst du Ja, also Ich und GameZone werden uns jetzt trennen Jo Und zwar wird er die restlichen Dias suchen Wie viel haben wir jetzt? Ähm, warte, ich stelle mich jetzt mit der Wand Ich habe 46 Diamanten Okay, dann wird jetzt der gute GameZone noch so viele Diamanten farben, damit wir full Dia und auch Dia Schwerter haben Und ich werde an die Oberfläche gehen Genau Und dort ein paar Dinge erledigen Deshalb sage ich Bye Jo Bye Wir zeigen uns dann oben Pass auf dich auf Ja, hast du genug Essen? Ähm, nee Ich bräuchte noch was Okay, dann Zwei Steaks Vielleicht kannst du währenddessen So Warte, ich gebe dir noch die Gold Kannst du Okay Und sonst hast du genug Eisen? Brauchst du irgendwas? Ähm Eis ein bisschen rohes halt Kann ich das aufgeben Ja Und eine Werkbank bekommst du auch Jo, danke Und den Rest glaube ich Jo, das wärs eigentlich Hier noch einen gebratenen Lachs Juhu, danke So Ich geh jetzt an die Oberfläche Jo Also du musst mir dann gleich sagen, sobald du wieder irgendwas gefunden hast, okay? Ja Ja Der Lapis Badet nicht Welch höher sind wir denn? Ich bin höher So circa 14 bin ich Ich bin 20 Ich baue mich jetzt einfach hoch, weil da einen Weg zu finden Oh shit Okay, da kam ich Da ist mal Wasser Auf mich macht er ja sehr Ähm, dir keine Probleme Oben Also oben ist Ja, ich hoffe auch, Alter Da du Scheiß-Skelett lass nichts für dir rüber Du wirst sterben Habe ich noch irgendwo Fackeln? Nee Baue ich mir schnell 8 So So, ich wollte das nicht hier platzieren, sondern hier Habe ich das hier gebaut? Weil hier Fackeln sind Wir haben irgendwie überall Fackeln platziert, kommt mir Irgendwie Oh, ja Ja, es ist ein bisschen her, schalte ich mir wieder aufnehmen Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ja, Moin Creeper Ehe geht gut So, das Skelett braucht noch einen Hit Das ist down Ich hoffe, dass ich die Dias jetzt beisammeln kriege Jo Ist da noch irgendwas? Noch ein Creeper Alter, verpisst dich hier Die locken Explodier nicht So Das ist mal ganz ne komische Höhle hier Gravel, glaube ich, haben wir auch schon genug, oder? Ähm, ich hab 14, Gravel Ah, vielleicht Ich hab 45 Ich hab 45 Ich hab 45 Ich jetzt hinten Ah, mehr, ne, ja Komplikation Nicht zu viel wagen jetzt hier Ne, ne So Komm ich hier irgendwo hoch? Oh Moin Glauben wir noch so Eisen, oder so? Ne, ich glaub Eisen Ja, ich hab eben auch noch rohes Eisen, oder halt ähm, kein rohes Eisen, sondern Ne, Eisen haben wir ja wirklich genug Ok, ok Ich befüge, dass wir auch den zweiten Amrus krachten müssen Ja, dann nimm, nimm 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 n bisschen Jo Also ich hab jetzt noch 31 Erze und 13 rohe Ok Ja, vielleicht findest du noch Essen auf dem Weg Ja, das, ich werd jetzt ein bisschen Ist zwar ein bisschen riskant, aber, was soll man mal Wir wollen ja Alter Das gute Projekt gewinnen Irgendwie Back das bei uns ein bisschen So, alter Und 33 Pfeile Hast du schon? Ja Hm, ich hab Einen Ne, ich glaub ich hab dir auch meine ganzen gegeben Ja, wir haben Hälfte Hälfte gemacht, oder so Weil, so grade find ich keine, vielleicht Mit meine ich halt einfach mal in Folge Ja Also, wir bräuchten jetzt noch 52 insgesamt dann Diamanten, glaub ich Äh, ja Also wir beide Full Dia sind und Dia Schwert Sprich 6 Dias noch Ja, und dann 46 haben wir schon Ammon Creepern Da wie hoch muss ich hier noch? Ich glaub Höhe, äh 46 ist von hier oben Ich glaub es regnet Bitte nicht, bitte nicht Das ist ein FPS-Fresser Ja, das stimmt wirklich Ich glaub wir fünfmal Zack Da sagen wir nicht, dass es regnet Das hört sich so komisch an, warte ich mach mal Die gesamte Lautstärke Hm Bisschen runter Na, falls du den Yaza treffen solltest Dann musst du sagen, was für eine Krypte der hat Ja Ja, es regnet, und es ist Nacht Deine Not kannst du ja, glaub ich Oh shit Oh shit Oh shit Das Über ein Stack Lapis, glaub das sollte auf jeden Fall reichen Aber ich hab perfekt wieder Kühe gefunden Okay, das ist gut Für Leder und Okay Wie viel Leder hast du jetzt? Ich hab In Leder Zehn Ja, zehn Okay, ich auch Die 20 für 20 Bücher Ja, und dann hol ich mir noch Ein Hühnchen Ja, was soll sie dann essen? Der Pfeile brauchen wir nämlich auch Ja, auf jeden Fall, das ist wichtig Weil ich hab schon fünf, ne Acht Flint oder halt Feuerstein hab ich schon Okay Okay Weißt du eigentlich noch die Koordinaten von Hm? Vom Spawn Also die können Waren das nicht minus 450, minus 54 irgendwie und so? Keine Ahnung Keine Ahnung, also wenn wir dann Die brauchen werden wir es schon wissen Wer hat den Server verlassen, also haben wir jetzt Oh shit Ja man Ich hab ein ähm Sumpfbiomen gefunden und da hab ich schon Zuckerroll gesehen Alter, so viel Zuckerroll hier Mann Okay, Diers gefunden Ja man Ein Dier Zwei Diers nur? Ne Drei Diers Vier Diers Vier Diers Ich hab noch zwei Diers Nein Nein Was brauch ich nicht im Inventar Das hier Wo ist hier irgendwo? Ne sag nicht Wie viele? 50 Diers hab ich jetzt noch Zwei Diers Ne Doch, zwei Diers brauchen wir noch Och ne Ich hab jetzt nur Alter ich hab jetzt 23 ähm Zuckerrohr jetzt mal Okay Wieviel hast du jetzt noch im Inventar? Ja Ich hab 21 Zuckerrohr Dann pflanze sie am Ufer an Am Sumpfbiom oder Ähnlichen Warte, jetzt muss ich hier nochmal gucken Ähm Ich hab so viel Scheisse im Inventar Jaja Das kenn ich Oh shit Ich bin auch gerade dabei den ganzen Rotz auszuräumen Okay, 50 Diers Insgesamt haben wir schon 52 Diamanten gefunden Was total heftig ist Du musst auch noch die Spitzhacke mitrechnen Stimmt, stimmt die Spitzhacke Also 55 So, jetzt muss ich mal was essen Also ich hab jetzt an Zuckerrohr 48 Oh, das ist natürlich sehr krass Ja dann bleibst du halt da drüben, Alter Ja Ich glaub unser Problem ist das Gold Ähm ich hab 28 Erze Ich hab Ja ich hab jetzt den restlichen gegeben Ich hab da irgendwo noch 4 Äpfel Ja Ich hab irgendwie trotzdem 30 FPS, obwohl es regnet Finde ich nicht geil Ich glaub du kannst sogar den Regen aufstellen Ja, ja Ich glaub auch aber Bin ich jetzt im Moment Ist es Nacht und Also nur 2 Creeper, okay Jetzt habe ich 57 Hä? So das wollte ich natürlich nicht heftig Da drüben sehe ich wieder Zuckerrohr Ich hab sogar ein Slime Echt Slime? Den hol ich mir, Alter Ja Komm her Slime Du wirst sterben Dürfen wir Sticky Pisten machen? Theoretisch schon Weil ich noch mal dir ist Ja ich hab's 1 dir 2 dir 3 dir 4 dir Wir haben's Ja man Jetzt ist So ich glaub ich noch Eisen in der Folge Farm Gold wenn ich seh Und dann würd ich sagen Komme ich zu dir Ja Würde ich auch sagen Ja Also Kein Latz Ich hoffe einfach dass es jetzt mal aufhört zu regnen Weil das Gebt mir schon ein bisschen auf den Sack Boah wir haben schon Hektig Glück Jetzt habe ich über nen Stack Zuckerrohr Ich glaub Ja 20 oder so anbauen die Hälfte Ja Hab ich keiner mehr auf dem Server Dann kann man doch ruhig schon das ganze Jetzt hab ich schon wieder ne fette Zuckerrohr Quelle gefunden Was heißt hier Quelle aber Ja aber ich würd die Alle mitnehmen Weil bevor die anderen Teilnehmer die dann haben Das ist nur Nachteile für uns Alter Warum ist hier so viel Zuckerrohr Hm Ja das ist dann gut Das heißt dann dass dort keiner war Jetzt habe ich schon ein Stack und 41 Müssen wir überhaupt noch Zuckerrohr anbauen oder Ich glaub nicht das Warte jetzt seh ich schon wieder Zuckerrohr Und Kühe also Ja Nehm das alles mit Alter wie geil ist denn das hier Kann man sich nicht beschweren Ein Stack und 53 Kuh bleibt hier alle Weil wir endlich essen Sehr viel Zuckerrohr Dias kann man sich gar nicht beschweren Problem ist vielleicht noch Gold Das einzige Jawohl Ich würd mal sagen für einen Kampf Haben wir vielleicht schon Paare So was ist denn hier jetzt noch Pilze brauchen wir ja nicht Ich fahre mir zahlt das ganze bis Sumpfbiom ab Jo macht das Soll ich Schweinefleisch auch noch mitnehmen Ähm Schweinefleisch Ja Ja klar klar Verrottetes Fleisch brauche ich ja nicht So denn nicht Ich hab auch so viel Immer wieder scheiße man im Invental Ja Ja das ist ja Glaub ich jeder Teilnehmer Alter jetzt wieder richtig viele Kühe Natürlich sehr nice Und Essen ist glaube ich schon das wichtigste im Kampf quasi Alter wie viele Kühe sind hier das ist doch unnormal Ja das heißt dann dass da keiner rach Ist auf jeden Fall sehr geil Ja da ist ein Sumpfbiom mit ganz vielen Kühen da Glaub ich wäre jeder gerne Ja Jetzt hat es endlich aufgehört zu regnen 21 Pfeile 26 Leder habe ich jetzt Ich hab auch nochmal 10 also 36 Also für 36 Bücher Und ich glaub Zuckerrohr fehlt uns jetzt auch nicht Alter Verwalter was ist denn hier los Ist eigentlich in irgendeinem Waro ist mal ein Team so gestartet wie wir hier Also wir können schon quasi vom Glück reden Ja das ist immer noch weiter geht Welches Level bist du denn eigentlich jetzt gerade? 15 Ich bin 25 16 Es ist immer noch ein Sekt Also hier haben wir auch schon viele Ja das stimmt Dann machen wir eine Level 30 Verzauberung oder? Hmm Weil die Bücher wirst du von den Bücherregalen ja eigentlich wieder zurück bekommen Ja bis auf das Holz dabei ist ja natürlich neben sich Das Holz wäre ja eigentlich egal Aber die Bücher würdest du theoretisch wieder zurückbekommen ja dann eine spitze mit glück wäre es schon ja das wäre vorteilhaft so ich habe jetzt über zwei stacks zuckerrohr dann 53 rindfleisch 27 leder so sollte ich vielleicht ein paar eimer machen für laba ja mach können geläppert hinten So. Okay, nice. Boah, so viel. Eiserne Pferderüstung brauche ich glaube ich nicht, oder? Nee. Hast du einen Spawner gefunden, oder was? Nee, in dem Minenschacht, wo wir waren. Ah, okay. Ich glaube nicht. Das brauchen wir. Brinks haben wir auch für Bögen. Oh, schon wieder Kühe. So. 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 So, unsere Folge ist jetzt leider vorbei. Hier, unsere Folge ist vorbei? Ja, 15 Minuten haben wir aufgenommen. Okay, dann würde ich sagen gehen wir jetzt runter. Jo. Okay. Oh, sehr schöne Folge. Ja, ziemlich. Dias haben wir alle zusammen. Dias haben wir alle, wir haben ziemlich viel Zuckerrohr. Dann würde ich sagen, dann komme ich in der nächsten Folge zu dir. Und dann können wir unseren dir-Stuff spannen machen. Ja. Würde ich auch sagen. Dann war das jetzt die fünfte Folge von Minecraft War. Wir werden nicht vergessen, abonnieren auf beiden Kanälen bitte. Und sonst freut euch einfach auf die nächste Folge, weil bei uns läuft im Moment ziemlich. Ja. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.